Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 5. April. Wie Pfungstadt illegales Glücksspiel bekämpft, rechtsradikaler Frankfurter soll Staatssturz geplant haben und nach A5 aus ist weiteres Unternehmen der Chefin pleite. Das und mehr heute im Podcast. Bei einer Großkontrolle in Funkstadt wurden kürzlich zahlreiche Verstöße bei Spielautomaten festgestellt. So wurden unter anderem nur mit einem Automaten innerhalb eines kurzen Zeitraumes mehrere tausend Euro steuerfrei eingenommen. Man stelle bei Kontrollen immer wieder fest, dass zu viele Geldspielgeräte auf zu engem Raum aufgestellt werden. Hierbei werden Automaten aufgestellt, die aufgrund ihrer Bauart und technischen Gegebenheiten als illegale Geldspielgeräte zu klassifizieren sind, sagt Jana Meister, Sprecherin der Polizei Südhessen. Oftmals handele es sich hierbei um die Gehäuse alter Geldspielgeräte von offiziellen Herstellern, die jedoch umgebaut und mit mutmaßlich raubkopierter Software versehen wurden, um so den Anschein legaler Geldspielgeräte zu erwecken. Die Anzahl festgestellter Fälle sei in den vergangenen Jahren gestiegen. Das hänge aber auch damit zusammen, dass die Polizei entsprechende Lokalitäten stärker kontrolliere, sagt Meister. Wirbel um das neue Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Auf Initiative des Mainzers Tobias Huch haben der Sportartikelhersteller Adidas und der Deutsche Fußballbund den Verkauf des Trikots mit der Rückennummer 44 gestoppt. Hintergrund. Das Design der Ziffern erinnert an die SS-Runen im Nationalsozialismus. Im Online-Shop konnte man bislang Trikots mit eben jener Nummer bestellen und sie personalisieren lassen. Huch hatte sich diesbezüglich per Presseanfrage an Adidas gewandt. Doch als keine Rückmeldung kam, machte er die Anfrage auf X, vorher Twitter, öffentlich. Schließlich reagierte Adidas, entschuldigte sich und stoppte den Verkauf. Für das eigentliche Design und Trikot ist allerdings nicht Adidas, sondern der DFB mit seinem Partner Elf Team Sports verantwortlich. Dort solle nun ein alternatives Design für die Zahl 4 entwickelt werden. Der Post von Tobias Huch hat für viele Kommentare, aber auch Beleidungen gesorgt. Davon lasse er sich aber nicht einschüchtern, sondern er sieht es als Bestätigung seiner Arbeit. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat gegen einen 27-jährigen Frankfurter Anklage bei der Staatsschutzkammer des Landgerichts erhoben, wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat sowie wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Waffengesetz. Er plante aus rechtsradikaler Gesinnung mutmaßlich einen Staatssturz in Deutschland. An einem noch nicht datierten Tag X wollte er mit Waffen auf ihm unliebsame Personengruppen losgehen. Das wären nach Angaben der Frankfurter Staatsanwaltschaft Muslime, Juden, Grünen-Politiker sowie Personen aus der Queeren-Community gewesen. Dafür soll er sich Waffen aus stillgelegten Munitionslagern Waffen beschafft haben. Auf illegalem Weg durch sogenannte nicht angemeldete Sondengänge. Mit diesem Material soll er sich eigene Munitionslager an verschiedenen Orten angelegt haben. Der Frankfurter sitzt jetzt in Untersuchungshaft und das Landgericht Frankfurt muss über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Wer zu Hause geschlagen und gedemütigt wird, weiß oft nicht, was zu tun ist. Eine Otzbergerin will nun mit einer Aufkleberaktion sichere Orte im Kreis Darmstadt-Dieburg schaffen. Svenja Beck hat viel Gewalt erlebt in ihrem Leben. Ihr gelang die Flucht aus einer gefährlichen Beziehung. Beck aus dem Erlebten eine Mission gemacht und den bundesweiten Verein T es für Opfer toxischer Beziehungen gegründet. Leidensgenossen seien meist Frauen, es könne aber auch Männer treffen und natürlich Kinder, so Beck. Um mehr betroffenen Menschen Auswege aufzuzeigen, hat sie nun gemeinsam mit der AOK Hessen die Hilfeinseln ins Leben gerufen. Das können Geschäfte, Arztpraxen oder Rathäuser sein, an die sich Opfer im Alltag unauffällig wenden können. Wer mitmachen möchte, bekommt von Svenja Beck Infomaterial, Anweisungen, wie man sich gegenüber hilfesuchenden Opfern richtig verhält, sowie einen Aufkleber, der gut sichtbar im Eingangsbereich angebracht wird. Darauf ist ein QR-Code abgebildet, der auf die Homepage weiterleitet, wo man Notfalltelefonnummern und wichtige Adressen findet. Außerdem können sich Betroffene direkt an die Personen vor Ort in den Hilfeinseln wenden, selbst in akuten Notsituationen. Das Aus der Großraumdisco A5 in Darmstadt hat große Wellen geschlagen. Nun ist ein anderes Unternehmen der Geschäftsführerin pleite. Der 25-Jährigen steht ein Insolvenzverfahren am Amtsgericht Offenbach bevor. Das Verfahren ist gegen eine Offenbacher Unternehmensgesellschaft eröffnet worden. Dabei geht es konkret um ein Irish Pub. Die Gründe für das Insolvenzverfahren sind laut Gericht eine Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung des Pubs. Zeitweise war die 25-jährige Geschäftsführerin mehrerer Gastro- und Eventlocations. In allen diesen Engagements war auch ein Systemgastronom beteiligt, der sich 2021 als neuer Co-Betreiber des Musikparks A5 der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Anfragen zu den Hintergründen der Schließungen des A5 hat die Geschäftsführerin bisher nicht beantwortet. Auch zum Pup in Offenbach hat sie sich nicht geäußert. Es soll keine nennenswerten Güter mehr in der Insolvenzmasse geben. Wer Darmstadt-Dieburgs Burgen besichtigen möchte, sollte sich im Voraus informieren, wie es um die dortigen Sanierungsarbeiten steht. Die Burg Frankenstein ist verwaist, doch eine Besichtigung der Ruine in Mühltal ist wieder möglich, wenn auch nicht in allen Bereichen, weil die Anlage gerade saniert wird. Seit einigen Tagen ist das Tor wieder geöffnet. Darüber freuen sich zahlreiche Ausflügler, die die verlassene Burg nach wie vor zum Ziel haben und seit Jahresende vor verschlossenen Toren standen. Dass die Ruine wieder zugänglich ist, hat auch Mühltals Bürgermeister Willi Mut überrascht. Die Burg ist derzeit von 7 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Dann ist auch das Oberbeerbacher Tor für Besucher zugänglich. Auch die Weste Otzberg wird seit Monaten saniert. Wer die Anlage besuchen möchte, sollte aber nicht mehr lange warten. Bald beginnen die Abbrucharbeiten des Toilettenhäuschens. Deshalb wird die Weste voraussichtlich nach dem Mai-Feiertag geschlossen werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.ech. Gude Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, ECHO Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de Redaktion und Produktion, die untertitelung auf den nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020